Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum IT Security Monitoring mit Engineside. Heute mit der offensiven IT Security. Deswegen muss ich hier ein paar Dinge vorweg nehmen. Und zwar, ihr könnt hier automatisiert Pentests laufen lassen. Das ist quasi was ähnliches, was Hacker mit eurem System auch machen könnten. Und wenn das natürlich Fremde machen, dann ist das illegal. Ihr dürft also dieses ganze Hacking-Gedöns, also Penetration-Tests, nur dann machen, wenn ihr wirklich die Erlaubnis habt von demjenigen, der den Server betreibt. Sprich, wenn ihr beauftragt werdet, diese Pen-Tests durchzuführen an genau diesem System. Und das möchte ich einfach zu bedenken geben. Trotzdem ist es ein enorm wichtiges Tool, wenn ihr IT Security Monitoring betreibt, wie in den ersten sieben Videos dieser Serie auch schon gezeigt. Und deswegen wollen wir das uns hier mal ein bisschen genauer angucken. Pen-Tests sind etwas, das man eigentlich auf einer regelmäßigen Basis durchführen sollte, um seine Systeme, seine Server, seine Geräte sicher zu halten. Und das bietet natürlich Engineside hier auch an. Das bedeutet, ihr könnt hier von einem Hacker, das hat was mit Hacken zu tun, aber es ist quasi Wortspiel und so, könnt ihr Pen-Tests automatisch starten, automatisiert auch zum Beispiel jeden Monat oder jede Woche oder jeden Tag laufen lassen und verschiedene Zielsysteme angreifen und dadurch ein kleines Audit haben. Solche Pen-Tests ersetzen allerdings keine manuellen Pen-Tests. Denn mit manuellen Pen-Tests kann man sehr, sehr viel mehr erreichen. Ein solcher Hacker-Pen-Test, der ist natürlich automatisiert und er nimmt einem viel Arbeit ab, eben die stumpfe Arbeit, aber den Gehirnschmalzteil, den muss man trotzdem noch selber reinstecken. Das heißt, die ersetzen keine manuellen Pen-Tests, die ergänzen sie. Denn, ja, manuelle Pen-Tests, das kennt wahrscheinlich jeder, der in dem Bereich arbeitet, die kann man einfach viel zu selten wirklich durchführen. Okay, als allererstes brauchen wir natürlich so einen Hacker. Ein Hacker ist das System, von dem der Angriff ausgeht. Das heißt, wir brauchen einen Hacker bei uns auf der Maschine, auf der lokalen Maschine, denn ich möchte kein Gerät im Internet gerade angreifen. Sowas belastet nämlich auch immer die Geräte. Das heißt, schaut, wenn ihr irgendwie könnt, dass ihr das Ganze lokal macht. Also zum Beispiel über Docker-Maschinen oder sowas. Die Hektoren müssen auch übrigens Linux-Systeme sein. Das heißt, wir nehmen natürlich mal wieder hier genau diesen Curl-Befehl hier, den wir hier angezeigt bekommen, und fügen darüber, wie schon gewohnt, unser Ubuntu, dass wir schon die ganze Serie hier verwenden, als Hacker hinzu. Es ist auch schon ein Host, das macht überhaupt nichts. Wir können das Ganze einfach machen. Allerdings, achte darauf, wir müssen das Ganze auch als Root ausführen. So, wechseln wir mal ganz kurz zu Ubuntu. Und hier können wir den Befehl super ausführen, indem wir einfach Sudo und dann den Befehl eingeben. Und dann brauchen wir natürlich das Sudo-Passwort. Ich meine, das war QWERTY. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. So, perfekt. Wir akzeptieren natürlich, und dann wird das eigentlich automatisch schon installiert. Und natürlich dauert das ein bisschen, aber es sollte klar sein, dass wir hier quasi unser Ubuntu als Hacker dann fertig haben. Das wird eine Weile dauern, und nachdem es abgeschlossen ist, seht ihr das hier, dass euer Hacker erfolgreich hinzugefügt wurde. Übrigens, Achtung, ich habe hier aus Versehen zwei Stück dabei. Ich aktualisiere mal ganz kurz. Ich habe hier nämlich schon mal einen wieder rausgeschmissen. So, und wir sehen, natürlich, meine Virtual Box ist tatsächlich alive. Und wir sehen hier, ich habe Zugriff auf folgendes Netz. 192.168.018.24. Das bedeutet, ich habe hier quasi die volle Möglichkeit, auf alles, was mit 192 anfängt, also quasi mein lokales Netz, zuzugreifen. So, und daraufhin kann ich natürlich auch den Hacker ausführen. Das heißt, ich kann jetzt hier Pentests auf mein lokales Netzwerk laufen lassen. Und dazu dachte ich mir, Mensch, lass uns doch mal eine kleine Simulation ausführen. Ihr kennt vielleicht B-Web. B-Web ist eine, oder auch die B-Box ist eine von sehr vielen IT-Security-Games, wo man quasi Hacking üben kann. Und jetzt muss ich nur das Terminal hier treffen, weil das leider mit der Auflösung nicht ganz hoch skaliert. Das System ist offensichtlich uralt und soll auch nicht wirklich aktualisiert sein. Aber ich gebe jetzt hier einfach mal ifconfig ein. Und wir sehen, hier haben wir die IP-Adresse 192.168.0247. Das bedeutet, ich kann unter 247, also hier hinten dran, unter 247, kann ich quasi diese virtuelle Maschine angreifen und scannen. Und was im Endeffekt sich hinter B-Box verbirgt, ist folgendes. Wenn ich in meinem Browser die B-Box öffne, also einfach unter diese IP-Adresse, kann ich hier auf B-Web gehen und dann haben wir hier quasi eine Anwendung, die wir hier pentesten dürfen. Übrigens, die Credentials stehen hier natürlich schon dabei. Das lassen wir jetzt einfach mal alles so. Wir wissen ja, was wir genau hacken wollen, in Anführungsstrichen. Und das machen wir, indem wir hier unter Zielsysteme gehen. Zielsysteme bedeutet, ich kann hier tatsächlich eingeben, was genau ich angreifen möchte. Ich gehe hier natürlich unter Zielsystem hinzufügen und sage hier einfach mal B-Box, Beschreibung B-Box, yay. Und unter IP-Adressen kann ich natürlich hier einfach die IP-Adresse einfügen. Ich möchte kein HTTP da vorne. dran haben. Allerdings kann ich natürlich hier auch über die Watchdogs oder die Endpunkte gehen. Das heißt, ich kann einfach meine IP-Adresse hier einfügen vom Server. Dann führe ich einen kompletten Pentest auf dem Server auf. Ich kann aber auch über den Watchdog gehen, der natürlich Sachen discovered hat. Die kann ich hier auch eintragen. Und ich kann natürlich über die Endpunkte gehen. Das heißt, ich kann hier meine Domain eintragen und die testen lassen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Allerdings in dem Fall möchte ich natürlich hier eine lokale IP-Adresse eingeben, weil eben da die B-Box läuft und ich hatte den Watchdog nicht laufen, während ich die B-Box anhatte. Und das heißt, wir nehmen die jetzt mal hier mit rein. So, Zielsystem hinzufügen. Änderungen sind gespeichert. Und damit kann ich hier einfach mal unter dem Zielsystem natürlich auch meine B-Box finden. Ich kann sie sogar duplizieren, falls ich irgendwas Spezielles machen möchte. Ich kann jetzt hier aber auch einfach ein Audit durchführen. Und wir sehen hier oben rechts Pentest starten. Und den starten wir jetzt einfach mal. Da sagen wir, okay, wir brauchen offensichtlich noch eine Vorlage. Weil, also wir landen hier automatisch im Reiter Vorlagen. Das bedeutet, wir wollen hier natürlich einen Pentest starten und eventuell diesen Pentest automatisiert regelmäßig laufen lassen. Und dazu braucht man eben eine Vorlage. Das heißt, wir wechseln hier mal auf Vorlage hinzufügen. Sagen hier einmal B-Box dazu. Sagen hier als Beschreibung B-Box dazu. Wählen unseren Hector aus, der offensichtlich meine Virtual Box ist. Wählen unser Zielsystem aus, das natürlich offensichtlich die B-Box ist. Ich kann hier übrigens natürlich auch mehrere Zielsysteme hinzufügen, weil ich häufiger mal mehrere Systeme auf einmal Pentesten möchte. Und ich kann hier selbstverständlich auch die wiederkehrende Durchführung starten, beziehungsweise planen. Ich kann hier die erweiterten Einstellungen auswählen. Das heißt, ich kann hier einen Brute Force Angriff starten. Brute Force bedeutet, ich probiere einfach alle möglichen Passwörter aus, um mir einen Zugriff auf verschiedene Benutzerkonten zu verschaffen. In dem Fall wäre das natürlich hier relativ sinnfrei wegen B und Bug. Das steht quasi schon direkt dabei. Trotzdem ist es ein Pentest, den man so ausführen möchte, standardmäßig. Denn ja, normalerweise auf einer normalen Web App möchte man das natürlich nicht haben. Ich kann hier außerdem noch sagen, ich möchte ausschließlich eine eigene Passwortliste verwenden. Das möchte ich in dem Fall nicht haben, weil ich möchte das Ding ja automatisch ausführen lassen. Und ich kann hier weiterhin Payloads hinzufügen. Das heißt, ich kann sagen, was genau hier eigentlich gemacht werden soll. Also, was genau gescannt werden soll. In dem Fall lassen wir das aber einfach auf Standard. Das heißt, es passt soweit für mich. Und deswegen gehe ich hier auf Vorlage hinzufügen. Und dementsprechend gehe ich hier natürlich auch auf Scan starten. So, jetzt ist natürlich wichtig, dass wir hier nochmal bestätigen, okay, wir sind definitiv im Besitz der B-Box. Wir sind rechtlich dazu befugt, die B-Box zu starten und zu Pentesten. Ansonsten machen wir uns strafbar. Und das ist ganz klar. Hier möchte ich das aber nochmal ganz kurz erwähnen. Bevor wir einen Hack oder einen automatisierten Pentest wirklich starten, müssen wir natürlich sicher gehen, dass wir die Genehmigung haben. Und hier vielleicht noch eine kurze Erklärung. Also, wenn ihr zum Beispiel jetzt den Auftrag bekommt, um euch um die IT-Security von zum Beispiel einem Unternehmen zu kümmern, dann ist trotzdem hier wichtig, dass ihr auch absprecht, wann genau ihr sowas haben wollt. Also, um wie viel Uhr teilweise. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das steht teilweise auch wirklich im Vertrag drin. Und wenn ihr außerhalb der vertraglich bestimmten Uhrzeit da einen Pentest startet, dann macht ihr euch ebenfalls strafbar. Das heißt, bitte achtet hier absolut genau auf den Vertrag, weil das eben auch Webseiten lahmlegen könnte. So, wir starten jetzt also den Hack und wir sehen hier In Progress. Und in dem Sinne gehe ich mir mal einen Kaffee holen und wir hören uns gleich wieder, wenn das Ding fertig ist. Okay, da die B-Box vielleicht nicht ganz das perfekte Ding ist, dachte ich mir, wir schauen uns lieber mal hier was an. Und zwar ein Scan oder einen Test, einen Pentest, einen automatisierten, den hier die Showcase GmbH, also sprich von Engines halt zum Testen und zum Demonstrieren angelegt wurde. Und das heißt, erst mal, was haben wir denn? Nun, es wurden folgende Anwendungen gefunden. Open SSH, MySQL, MongoDB. Und hier sehen wir schon, ja, meine B-Box kommt da halt leider nicht mit. Das ist halt einfach nur eine ganz normale virtuelle Maschine mit einem ganz normalen Service und der ist halt für eine Webseite. Das heißt, da kann ich halt einfach nicht so viel sehen. Und deswegen ist das hier durch deutlich cooler zum Angucken. Als nächstes sehen wir hier, welche Ports und welche Services laufen. Das heißt, ein Port-Scan mit absolut detaillierten Informationen, also quasi auch Versionsnummern sind da dabei. Und das ist schon sehr, sehr schön zu sehen. Und dann sehen wir hier im War Room auch noch zusätzliche Informationen, und zwar den Brute-Force-Scan zum Beispiel. Das heißt, wir sehen hier, man könnte sich bei der MongoDB einfach einloggen und zwar einmal anonym, einmal hatte man Zugriff auf die Administrator-Datenbank, auf die lokale Datenbank, auf die Konfigurations-Datenbank, auf diverse Datenbanken und man konnte etwas hinzufügen, man konnte etwas löschen. Keine Sorge, das zerstört an sich nichts bei eurer MongoDB, wenn das bei euch der Fall wäre. Aber ein Angreifer könnte das natürlich nachmachen und das wäre hochgradig gefährlich, logischerweise. So, dann haben wir hier einmal einen unsicheren Key-Exchange. Das heißt, es wurde herausgefunden, dass das hier eben nicht in Ordnung ist. Dann haben wir hier einmal unsichere Server-Host-Key-Algorithmen, weil die eben veraltet sind. Dann haben wir hier unsichere Mac-Algorithmen, auch veraltet. Und ja, dann haben wir hier andere Tests, die durchgeführt wurden. Und daran kann ich euch jetzt wunderbar zeigen, was da noch so alles getan wurde. Das heißt, man hat natürlich auch MySQL getestet. Ihr erinnert euch, es war beides installiert. Und MySQL war eben zumindest nicht anonyme Verbindung möglich. Genau. Und all diese anderen Dinge könnt ihr euch eben dann auch angucken. So, und je nachdem, was für ein Service da gefunden wird, wird natürlich was anderes auch ausgeführt. Wenn ihr jetzt eine Website testen wollt, also quasi sowas wie SQL Injection, Bootfast und so weiter und so fort, auf der Website durchführen wollt, dann müsst ihr natürlich hier eigentlich eine Domain hinzufügen und dementsprechend die dann testen lassen. Das heißt, es gibt hier auch wieder verschiedene Arten von Pentests. Und ja, vielleicht nochmal kurz als Ergänzung, das ist super, wenn man das automatisiert machen kann. Denn das da könnt ihr einfach einmal in der Woche durchlaufen lassen. Zum Beispiel einfach am Sonntag auf Montagnacht, wo kaum jemand online ist. Das ist für einen Pentester sehr angenehm, wenn er da nicht online sein muss und auch mal schlafen darf. Aber es ersetzt, wie ich schon mehrfach gesagt habe, hier nicht den manuellen Pentest. Und was auch noch dazu kommt, Engine-Side ist natürlich regelmäßig an Updates dran. Das heißt, hier wird noch zusätzlich immer mehr nachgereicht, was alles gemacht werden kann. Und dementsprechend wird das ganze Feature wahrscheinlich in Zukunft noch sehr stark ausgebaut werden. Und da freue ich mich wirklich drauf, was da noch alles auf uns zukommt. Wunderbar, das war es von meiner Seite. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.